Österreich – Volksbegehren für Impffreiheit Aufgrund von bisher 62.000 gesammelten Unterstützungserklärungen findet nun in Österreich vom 18. bis 25. Jänner 2021 das Volksbegehren für Impffreiheit statt. Alle Staatsbürger sind eingeladen, diesem Begehren durch ihre Unterschrift eine Stimme zu geben, damit sich das Parlament mit der Forderung der Impffreiheit auseinandersetzen muss. Schauen wir uns doch nun die Begründung dieses Volksbegehrens an. Generell geht es dabei um die Entscheidungsfreiheit bei Impfungen. Es richtet sich gegen einen direkten oder indirekten Impfzwang, sowie gegen jegliche Benachteiligung von Menschen, die nicht geimpft sind. Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind ja alle Staatsbürger gleich zu behandeln, unabhängig davon, welche Entscheidung sie getroffen haben. Auch wenn mehrfach von Regierungsseite betont wird, dass es keinen Impfzwang geben wird, ist es wichtig, die Impffreiheit auf Verfassungsebene festzuschreiben. Dieses Grundrecht soll künftig nicht von politischen Zufallsmehrheiten abhängig sein. Dr. Rudolf Gehring, der Initiator des Volksbegehrens, betont in seiner Rede bei der Pressekonferenz zum Volksbegehren, dass es keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit oder die Vor- und Nachteile einer Impfung, insbesondere gegen das Coronavirus, beinhaltet. Vielmehr soll Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung durch folgenden Wortlaut ergänzt werden. Staatsbürger, die an ihrem Körper keine chemische, biologische oder hormonelle Veränderung durchführen haben lassen und keine mechanischen oder elektronischen Implantate tragen, dürfen in keiner Weise gegenüber anderen Personen benachteiligt werden. Es ist unzulässig, solche Veränderungen zwangsweise an Personen vorzunehmen. Diese Ergänzung beugt somit auch einer ungewollten Genmanipulation oder der Verabreichung eines Funkchips sowie eines sonstigen Identifizierungscodes vor. Verehrte Zuseher, verbreiten Sie bitte diese Information und nützen auch Sie selbst das Volksbegehren als direkte Form der Mitbestimmung. Jeder wahlberechtigte österreichische Bürger hat nun vom 18. bis 25. Jänner 2021 die Möglichkeit, das Volksbegehren in allen Gemeinde- und Bezirksämtern oder per Handysignatur zu unterschreiben. Es ist beim Amt bis dato kein Nachweis über die Teilnahme an einem Corona-Test erforderlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Waren